Tja, heute gibt's mal was ganz Neues, Ironie, und zwar wieder mal eine Braumaschine und wieder mal von Iso geklaut, um das Triple komplett zu machen. Und zwar, ja, bedingt von Iso geklaut, muss man sagen, und zwar hat der was rausgefunden. Wie gesagt, das ist ein amerikanischer YouTuber, falls den jemand kennt oder falls nicht. Einer kennt ihn, einer hat geschrieben, er kennt ihn. Ja, wir lesen die Kommentare. Und zwar geht's beim Brauen ja immer darum, also ihr kennt ja das Problem, wir unseren Braumaschinen hatten wie immer einen Timer drinnen, der gemessen hat, wann ist das letzte Item quasi aus dem Hopper rausgekommen, um dann zu sagen... Dann 20 Sekunden warten, und dann ist es fertig. Damit es fertig gebraut ist, und dann gut. Also da ist jetzt quasi gerade was am Rumbrauen, und hier ist dann noch irgendwas drin, was da halt noch gerade reingehört, meinetwegen jetzt ein fermented Spider-Eye. Und dann, sobald das eben raus ist und da unten reingeht, dann muss man 20 Sekunden warten. Ähm, der ISO ist jetzt auf eine Idee gekommen, ähm, wenn man als letztes Item hier eine Netherwart drinnen hat, ja, und, ähm, dann ist der Vorgang fertig, von dem vorherigen Trank, dann kommt es beide Eier raus, zum Beispiel, dann kommt die Netherwart rein, und dann ist der leer, und jetzt, ähm, ist der Vorgang fertig. Sozusagen. Ich erkläre es nochmal Schritt für Schritt, damit es, glaube ich, ein bisschen einsfacher wird. Ich brauche jetzt ein paar Sachen, die ich brauen kann, nehmen wir mal das, das mit rein. Und zwar, wenn ich jetzt da hier hingehe, ähm, ich habe hier drinnen eine Netherwart, dann sage ich, ich möchte jetzt einen Trank brauen, und zwar Speed. Dann schmeiße ich hier einfach rein, Speed, dann möchte ich zum Beispiel Glowstone das, damit es ein bisschen stärker wird, dann noch ein fermented zweiter Ei, damit es ein langsam Trank, also eine Slowness wird, und am Ende wieder eine Netherwart. So, jetzt warte ich quasi, bis das Ganze braut. Brauchen wir nur noch ein Wasserbottelchen. So, jetzt warten wir, bis das Ganze braut. Das dauert ja ewig. Und dann, ähm, rutscht hier eben das eine, der rutscht hier das Zucker nach, danach rutscht hier Glowstone nach, danach rutscht verwendet es beide Eien nach. Ich warte jetzt nochmal kurz, bis das eine durch ist. So, genau, der Kikon baut schon mal weiter. Du musst sogar noch sechs Wolle überall rein tun, ne? Ja, ähm, sehr gut. Also wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir das jetzt schon reingebraut, ne? Ja, also jetzt sind wir quasi bei der letzten Zutat, ja? Und sobald diese Zutat durch ist, rutscht es, ähm... Ich hab's kaputt gemacht, Moment. Ist noch nicht durch. ...rutscht die Netherwart danach, und jetzt ist es leer. Und jetzt, dann wüssten wir, okay, der Drang ist fertig. Ja, zack, wir haben Speed, passt. Ja, ähm, das heißt, zu jedem Zeitpunkt im System ist mindestens eine Netherwart, und zwar immer am allerallerletzten Punkt, oder aber dann halt im Rausstand. Und ich messe hier dann quasi den Unterschied zwischen, ähm, es ist eine Netherwart mit drin oder nicht. Das ist jetzt aber schon zu schwer, zu viel. Hä, aber du hast doch überall sechs drin oder nicht? Ne, ähm, es sind zweimal sechs, zweimal fünf. Ah. Also so. Und, äh, wenn jetzt hier noch ein Item reinkommt, dann, äh, ist die Cap voll, und du hast eine weitere Stärke. Es ist ja so wie ein Filter, sozusagen. Ein einfacher, der alles reinlässt. Und, ähm... Ich zeig's einfach mal in der Praxis vielleicht, ja? Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut verständlich war. Und zwar, im Prinzip, äh, schieße ich jetzt mit einem Dropper die Items in der passenden Reihenfolge rein. Am vordersten ist dann quasi das, was ich brauen möchte. Zum Beispiel hier nehme ich jetzt einfach mal Glistering Melon. Da tue ich jetzt einfach mal eins, sagen wir zwei rein. Und, ähm, sobald ich jetzt den Hebel hier umlege, also den Ausschalt sozusagen, fängt der Brauvorgang an. Und dann wird das hier nach oben rausgeschossen. Das heißt, jetzt sind gerade zwei drinnen. Jetzt hat, zack, ist nur noch eins drinnen. Und das ganze Melone findet sich jetzt wieder. Hier vorne. Hier ist dann schon die Netherwart drinnen. Sobald ich den Hebel umlege, werden die Wasserflaschen reingemacht. Und, äh, der Vorgang beginnt. Hier oben ist jetzt die Melone drinnen. Jetzt hat, kam die Melone hier rein. Und hier vorne, in diesem Hopper, sind die ganzen anderen Items drinnen. Das heißt, ich habe hier einmal einen Hopper, wo die Items drin gelagert werden. Hier einen Hopper, in dem dann das letzte Item quasi am Ende drin ist. Die Netherwart. Und zusätzlich noch eben 22, ähm, irgendwas Blöcke. In dem Fall halt Wolle. Und sobald der Braugang, äh, Vorgang fertig ist, ähm, wird dann hier das Signal weggehen. Das löst dann zwei Dinge aus. Einmal hier eine, einen, ähm, Aus-Signalgeber. Also, sobald das, äh, aus ist, geht hier das Signal drauf. Und der nächste Brauvorgang wird gestartet. Das sehen wir dann gleich. Das dauert noch ein kleines bisschen. Und, ähm, dann geht hier noch eben das Signal kurz weg. Das blockiert den Hopper hier unten. Und, ähm, sobald hier das Signal weggeht, wird dann der untere Hopper freigegeben. Und der obere blockiert. Da ist es dann das Wasser drinnen. Und wenn der untere freigegeben wird, rutschen dann die Tränke raus. ist also im Prinzip alles ganz, ganz schick. So, jetzt ist gerade die letzte, das letzte Item ist gerade im der, im Braustand. Das ist gleich fertig. Jetzt gibt es hier gleich ein Signal auf der Linie. Und das gibt dann den nächsten Brauvorgang frei. Zack. So, und jetzt hat, ist eben wieder hier alles einmal drinnen. Na, inklusive der Melone. Und so funktioniert das System dann. In der Theorie ist das alles ganz schön. Ich mache meine Reihenfolge. Zack, zack, zack. Mein Item, sei es zum Beispiel die Melone, dann meinetwegen, ähm, Glowstone oder, und dann, äh, Gunpowder und noch, ähm, Fermented Spideye. Und als letztes natürlich dann, äh, meine Netherwart. Ja, in der Theorie ist das alles ganz schick. In der Praxis schaut es aber anders aus. Und zwar ist die Netherwart hier. Und am Ende ist halt jetzt ein anderes Item drin, also Gunpowder. Und zwar ist das Problem, dass das backt. Man sollte erwarten, wenn ich alle gleichzeitig, also alle Items gleichzeitig nach oben schieße in den Hopper. Dann sollte man erwarten, dass die in der Reihenfolge, in der ich sie reinschieße, auch am Ende ankommen. Tun sie aber nicht. Warum? Die rutschen halt drüber, ne? Minecraft. Wenn zum Beispiel Minecraft sagt, erst wird das hintere berechnet, dann ist das hintere schon eins vor. Und wenn dann der vordere berechnet wird, wird halt das schon direkt weiter geschoben, anstatt das erste Item zu nehmen. Man müsste vielleicht mal tatsächlich testen, ob man die nicht umdrehen sollte, dass die Berechnungsreihenfolge falsch ist. Was allerdings, äh, wenn man es, äh, wirklich sicher bauen will, hab ich mir gedacht, könnte man auch sicher einfach, einfach immer ins Abstand lassen und dazwischen einen Repeater setzen. Das sollte ja funktionieren, ne? Im Prinzip hab ich ja da hinten sowas versucht, aber das hat ja dann auch nicht geklappt. Aber man, man müsste vielleicht nochmal versuchen, ob man es überarbeiten können, damit es dann entweder vielleicht zuverlässig funktioniert. Wenn wir das schaffen, ein System zu finden, dass es zufällig funktioniert, machen wir ein Update-Video. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Und zwar, ähm, ich kann es auch einfach mal zeigen, ähm, okay, erstmal noch zur grundlegenden Funktion. Und zwar, ähm, messe ich gleichzeitig mit diesem, ähm, Comparator, ob in diesem Hopper, da unten, ein Item, äh, in diesem Dropper, meine ich, ob in dem Dropper ein Item drin ist. Das ist der Dropper, wo die, die Hauptzutat sozusagen drin ist. Ähm, und wenn da kein Item mehr drin ist, geht hier die Fackel an und die sorgt dafür, dass dauerhaft hier Signal ist, was dafür sorgt, dass kein neuer Brauchvorgang gestartet wird, sondern erst dann, wenn dieser Hopper, äh, dieser Dropper, wieder ein Item beherbergt. Also sobald ich hier unten ein Item reinlege, geht der Brauchvorgang los, außer, ich lege diesen Sperrhebel um. Äh, der gibt hier wiederum Signal drauf, dass es hier auch dauerhaft dran bleibt. Wenn ich jetzt hier was reinlege, ähm, passiert erstmal nichts. Das heißt, ich habe hier zwei Sicherheitsmechanismen, die mir verhindern, dass die, das System buggt. Ähm, ich tue jetzt hier einfach nochmal zwei Melons rein. Kannst du dann auf, äh, wenn ich sag, den Hebel umlegen? Ja. Ähm, ja, genau, lege mal den Hebel um. So, hier sieht man jetzt das Problem. Ähm, aus irgendeinem Grund staut sich hier das Item und dann rückt die, das Item, das dahinter war, nach. Das ist dann die Netherwart gewesen. Dann rückt aber das Item, das da dahinter war, wieder nach und die Netherwart ist an zweiter Stelle. Und dadurch, dass die an zweiter Stelle ist, rückt die erst am Ende nach. Das ist genau der Punkt, wo es buggt. Mhm. Genau an diesem Hopper. Und ich kann mir nicht erklären, warum. Es macht eigentlich keinen Sinn, wenn wir am ehrlich sind, weil die werden ja gleichzeitig ausgelöst und sollten sich alle eigentlich gleich schnell bewegen. Aber meine Güte, ne? Man kann ja nicht zu viel erwarten. So, jetzt mögt ihr euch vielleicht fragen, was ist denn dieses Gerumpel hier hinten? Ähm, das ist ganz einfach. Und zwar habe ich natürlich auch, ähm, ich muss ja irgendwie meine Glasflaschen nachfüllen. Ähm, sind hier nicht die Glasflaschen? Doch da. Ähm, wenn ich jetzt das hier, ich mach mal kurz ein bisschen, ich hol mir mal ein paar Glas. So, na? So, ähm, wenn ich jetzt hier, ähm, ich kann jetzt hier eben meine Glasflaschen nachfüllen. Normalerweise im Survival-Modus, wenn mein Inventar voll ist mit Wasserflaschen, ähm, fallen die ja rein und dann fallen die einfach automatisch hier alle durch, durch Wasser, wenn sie dann hier hochgeleitet, da werden sie hochkatapultiert, tatsächlich. Ich hab hier nämlich eine, äh, einen Slime. Ähm, genau, wirf mal eine Flasche rein. Achso, ich wollte gerade, wo sind die Kisten, die Flaschenkisten? Flaschen? Einfach da eins Wasser reinwerfen. Ja, Wasserflaschen. Ja, woher? Hast du keine Kiste mit, äh, leeren Flaschen hier? Nein. Achso, ich bin schwer enttäuscht. Zack. So, und die werden dann hochkatapultiert. Hat man das gesehen? Bin ich mit, ne? Bug das System enttäuscht? Hab ich dann was kaputt gemacht? Bestimmt. Du hast beim Kopieren bestimmt was kaputt gemacht. Ich hab extra die Luft mit kopiert. Ich glaub, also an sich müsste das eigentlich funktionieren. Irgendwas stimmt nicht. Ah, Moment, nee, ja, jetzt weiß ich wieder. Ah, nee, nee, ich irre mich natürlich nur. Ähm, ursprünglich hatte ich da nämlich Pack-Eis. Ähm, da schon mal, hier ist ein Button. Den musst du drücken. Aha, und dann? Und dann wird es hochkatapultiert. Ach, alles auf einmal dann? Ja. Ah, ich verstehe. Drück mal, hast du denn die Items jetzt schon raus gewesen? Ich hab die schon weg. Ach, du hast die schon weg? Ich hab nur geguckt. Ich hab wieder neue rein. Genau, drück mal den Knopf, da müssten jetzt welche drin liegen, soweit ich sehe. Genau, jetzt hat man es gesehen. Also die werden dann hochkatapultiert. Ich hab's jetzt aufgesammelt, aber normalerweise landen die dann in dem Hopper und dann hier eben in der Kiste. Und ich hatte hier nämlich ursprünglich Pack-Eis und eine Pressure-Plate, aber man packt Eis fast nirgends her. Ich kann hier auch noch kurz vorführen, was mein Raptor vorhin meinte, wenn man im Survival ist, kann man sich einfach hier hinstellen und so machen. Ja. Und dann eben am Ende den Knopf einmal drücken und dann landen die ganzen Items. Wenn man ein Makro hat, kann man es auch ganz schnell machen. Ja, das ist wahrscheinlich dann die Anlage kaputt. Die ist jetzt halt überfüllt und die Cane halt jetzt halt. Ähm, ja. Ähm, deswegen gibt's hier auch diese zweite Lampe. Es sind hier zwei Lampen. Die hier zeigt an, wenn die letzte Kiste, oder nein, die hier zeigt, glaube ich, an, wenn die erste Kiste leer ist. Also wenn diese Kiste hier leer ist, geht die linke Lampe aus und wenn die Kiste voll ist, geht die Lampe an. Also sobald jetzt Items rausgenommen werden, geht die Lampe aus und sobald die Kiste leer ist, geht die Lampe aus. Das soll quasi dann einmal zeigen, aha, okay, jetzt ist die Kiste leer, jetzt kann ich mal langsam wieder ein paar nachfüllen. Und die zeigt dann an, okay, jetzt ist voll, jetzt brauche ich nicht noch mehr nachfüllen. Zu dumm, dass ich so viele hier rein habe. Genau. Ähm, also das ist hier dieses System, dass ich halt eben Wasserflaschen nachfüllen kann. Ansonsten, äh, alles nichts Besonderes. Ähm, genau. Hier drüben habe ich es dann anders gemacht. Hier drüben habe ich einfach eine Leiter gebaut, ähm, die dann hier hochführt und hier kann ich dann die Wasserflaschen reinwerfen und auch einmal die Kisten per Hand überprüfen, ob die voll sind. Ähm, also für die Leute, die sich mehr Aufwand machen wollen, können es dann dann machen, wie hier hinten. Für die, die weniger Aufwand wollen, können diese Version hier vorne benutzen. Deswegen habe ich hier jeweils zwei verschiedene Versionen gebaut. Das ist einmal mit Füllautomatik und einmal ohne Füllautomatik. Das ist also der einzige Unterschied. Jeweils zu hinten und vorne. Ansonsten ist alles gleich. Ähm, genau. Ich wollte halt einfach einmal eine Automatik bauen aus Prinzip und an sich würde ich die aber selber nicht benutzen, ähm, weil es, naja, nicht so sinnvoll ist. Genau. Was ist nicht so sinnvoll? Diese Füllautomatik, da kann es halt sein, dass du zu viele Trinke reinschmeißt und dann bleibt es oben liegen. Ist ja Quatsch. Deswegen, ja, würde ich da persönlich auch drauf verzichten. Und es ist halt auch aufwendig, das zu bauen. Unnötig aufwendig, meiner Meinung nach. Okay. Ähm, also, ihr habt gesehen, es gibt hier eben dieses Bugproblem mit den Netherwart und ich habe es gelöst, dadurch, dass ich die Reihenfolge dementsprechend angepasst habe. Das Problem ist jetzt, wenn ich etwas anderes braue, als genau diesen Trunk, den Instant Damage 2, Splash, und da quasi was rausnehme, ja, hier vorne vor allen Dingen, wenn ich da jetzt die Netherwart rausnehme und dann Healing Potion jetzt mal brauen möchte, ähm, dann kann es jetzt sein, dass die Reihenfolge nicht mehr stimmt. Gucken wir mal. Nein. Ja, die Reihenfolge ist jetzt falsch. Ja, das heißt, ich muss dann im Zweifelsfall meine Reihenfolge anpassen, wenn ich anfange, was anderes zu brauen. Das ist das Problem. Diese Braumaschine an sich funktioniert in der Theorie wunderbar, aber in der Praxis gibt es eben dieses Riesenproblem und eventuell macht sich der Kiko nochmal dran und das Problem löst das Problem. Ähm, wahrscheinlich wird es sogar reichen, einfach nur vor dem Punkt, wo es diesen Stau gibt, einen weiteren Hopper einzubauen. Das könnte eventuell reichen. Also ich, die einfachste Lösung ist vermutlich, wenn man die Anlage einfach in die Länge zieht und immer eins Abstand zwischen den, ähm... Ja, vielleicht muss man es nicht mehr überall machen, sondern nur da, wo es backt. Ja, aber ich meine, es kostet ja nichts, den Abstand überall zwischen den Dingen zu machen. Okay. Ja, also wie gesagt, eventuell könnt ihr das, wenn ihr die Anlage nachbaut, versucht es mal, ähm, ob die Anlage funktioniert und wenn sie nicht funktioniert, versucht mal da an der Stelle, wo es backt, einen Abstand reinzubauen. Ähm, vielleicht klappt es dann. Ähm, das Coole an der Anlage ist jetzt, darum heißt das Video auch Multi-Brauer, man kann hier auch wunderbar die Anlage kopieren und mehrere nebeneinander bauen. Ich habe jetzt hier vier Stück einfach mal genommen und wenn ich jetzt hier, ähm, ist es jetzt überall was drinnen und in der richtigen Reihenfolge, wenn ich jetzt hier den Hebel einmal umlege, also wenn ich jetzt dauerhaft umgelegt lasse, werden die einfach so lange gebraut, bis keine Items mehr in dem, in diesem Hopper, äh, Dropper drin sind. Klar, dieser Dropper hier ist die Referenz. Es sollte also in dem Dropper immer weniger drin sein als in den anderen Droppern. Oder gleich viel. Oder gleich viel. Und in diesen, und es sollte auch immer in dem, äh, in den Netherwart sollten auch immer mehr drin sein als in den anderen, damit die Anlage sich nicht verstopft. Unnötig. So, also hier, äh, jetzt tut man dauernd kaputte Tränke braun. Ja. Hier brauchen jetzt vier Tränke gleichzeitig. Und das Ganze, wenn man sich das mal anschaut, ist super klein. Es ist natürlich nicht hundertprozentig vollautomatisch, weil man die Items selber in die richtigen Reihenfolge reinlegen muss. Ähm. Und auch für jede Reihe einzeln befüllen muss. Ja. Hat allerdings auch den Vorteil, dass man theoretisch unterschiedliche Tränke braun kann. Gleichzeitig. Die müssen allerdings die gleiche Braulänge haben. Oder aber der, oder der längste Tank immer ganz links. Genau, genau. Ähm. Und ich hab hier jetzt noch überall übrigens Vorratkisten mit dran. Also nicht wundern, das sind einfach nur Vorratskisten. Ähm. Ja, also, das ist im Prinzip dann das Coole an der Anlage. Ich kann da wirklich so breit bauen, wie ich einfach möchte. Also ich kann es wirklich so breit bauen, wie ich möchte. Und so viele Tränke gleichzeitig braun, wie ich möchte. Um das zu beweisen, haben wir das da drüben dann auch einmal gemacht. Ich mach die Anlage schnell mal nochmal aus. Hab ich die auch? Nein. Ich mach die nochmal aus. So. Ähm. Jetzt hab ich hier drüben dann einfach mal sehr viele nebeneinander gebaut. Wie viele sind es denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also kann ich hier einfach mal äh, 60 Tränke auf einmal braun. Und hier dann auch... Man braucht immer 60 Tränke alle Minuten. Warum auch nicht, nach. Ähm. Hier ist es dann so, dass die Reihenfolge nochmal ein bisschen anders ist. Die Netherwater sind in dem Fall in dem vorletzten drinnen. Ja. Da hat man natürlich dann auch das Problem, wenn sich Minecraft mal denkt, ja, in dem Chunk mach ich so rum und in dem Chunk mach ich so rum, muss man das auch noch in der Anlage unterschiedlich sortieren, damit es funktioniert. Ja, darum sind die großen Anlagen auch etwas unpraktisch. Ich hab hier dann auch versucht, einmal dadurch, dass ich den hinteren Dropper drei Tick später auslöst, das Problem zu lösen, aber aus irgendeinem Grund hat es das Problem einfach nicht gelöst. Also das war ein Ansatz, der hat leider nicht funktioniert. Und ja, ähm, hab ich die Anlage gestartet? Im Prinzip ist es ja auch Wurst. Ähm, die Anlage funktioniert tatsächlich, ähm... Die Anlage ist gesperrt gerade. Ja, das ist schon okay so. Ähm, ich demonstriere einmal noch einen coolen Teil dieser Anlage. Ähm, und zwar, wenn ich jetzt, ich brauch mal Kisten, 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 und zwar, ähm, ihr müsst nicht unbedingt diese riesen Anlage bauen, um euch das braunen zu vereinfachen. Es reicht auch schon, etwas anderes kleines, cooles zu bauen. Und zwar, ähm, eine Entleer- und Befüll-Automatik. Ja, auf Knopfdruck die Braustände entleeren und wieder zu befüllen. Das ist ja schon mal ein Punkt, den einen das braunen, äh, um ein Vielfaches einfacher macht, weil ich finde, dass gerade das, äh, leeren und füllen mit das nervigste ist. Ja, die Items reinzuschmeißen ist ja eine Kleinigkeit. Aber jedes Mal da rumzueiern und, ähm, die Tränke rein, rauszutun und die Wasserflaschen wieder reinzutun, das ist halt nervig. Es ist auch so, wenn man ungefähr so, ich glaube, acht, äh, oder näher zehn Braustände nebeneinander hat und gleichzeitig bearbeitet, kann man da immer von links nach rechts durchgehen. Wenn du hinten fertig bist, kannst du vorne schon wieder das nächste Item reinfüllen. Ja. Das Einzige, was dann immer Zeit kostet, ist die drei scheiß Tränke reinzunehmen, äh, rauszunehmen und wieder welche reinzutun. Und deswegen könnt ihr euch einfach das riesen kleinen Aufbau dranbauen. Also einen Hopper drunter, einen Hopper, äh, dran, der nimmt die Tränke raus, der füllt Wasserflaschen rein, hier ein Repeater, da eine, Fackel. Und wenn ich jetzt hier ein Button ranmache und den drücke, dann werden die Tränke, also das, was hier drin ist, wird rausgenommen und dann werden neue Wasserflaschen nachgelegt. Wir können einfach mal, ähm, Wasserflaschen rein tun. Ähm, weißt du die ID zufällig? Zufällig, äh, 373 0. Also, Data Tag 0, aber ich glaube, es ist immer. Ah. Ah, Moment, man muss es eh machen mit Minecraft. Wie heißt es denn? Water? Stimmt. Bucket? Water, nein. Nee, Potion. Potion, ja. Potion ohne alles. Potato, verdammt. Potato. Äh, Potion. So. Tja, das ist halt das Nervige an nicht stackbaren Sachen, ne? Vor allem mittlerweile kannst du keine Stacks von Ideen mehr geben lassen. Ach, tatsächlich. Das ging ja sonst mal. Da kann, da kannst du vielleicht noch den Trick erklären, wie man alles von einer Sorte, das wissen ja so viele nicht. Ähm, es ist scheinbar irgendwas, was kaum ein Mensch weiß und ich hab das irgendwann mal rausgefunden. Ähm, wenn ich jetzt hier ne, ne Kiste hab und ich hab jetzt in meinem Inventar, ähm, Wasserflaschen, ich nehm mir ein Item in die Hand, so. Ist egal welches. Geh auf den Typ, also wenn ich jetzt das, also ich kann jetzt den ganzen Typ Items aus meinem Inventar entfernen mit einmal. Ich geh auf das Item drauf, drück Shift und dann Doppelklick und dann fliegen alle Items auf einmal rüber. Geht in beide Richtungen, ja, ist super einfach, auch mit anderen Items geht das alles wunderbar, ja, also wenn ich jetzt hier Sachen drin hab, einfach in die Hand irgendein Item, egal welches Item in die Hand nehmen, Shift drücken, Doppelklick und es landet drüben. Kennt kein Schwein, funktioniert wunderbar. So, ähm, das Problem ist jetzt natürlich, dass noch keine Items hier drin sind, weil es gerade gespart ist. Deswegen drücke ich hier einmal Knopf. Hä? Moment, ich muss es invertieren. Sorry, ich muss es natürlich invertieren. Ähm, jetzt hat, so, jetzt funktioniert es. Ähm, 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 jetzt hat, ähm, klappt das Ganze. Ich mach nochmal leer. Also wenn ich jetzt hier angenommen, ich hab jetzt die befüllt, ach, du hast gerade was rein, wunderbar. Ähm, und jetzt hat, können wir quasi, angenommen, wir haben jetzt unseren Trank fertig, ja, wir haben jetzt unbedingt Aquard Potions brauchen wollen. Ähm, wenn ich jetzt hier den Knopf drücke, wenn die einmal alle entleert oder es werden neue Tränke, also neue Wasserflaschen nachgeschüttet und hier drinnen landen dann die ganzen Aquard Potions. Ähm, es sind jetzt halt einige Aquard Potions hier hängen geblieben in den Hoppern. Ach, natürlich. Weil das Signal zu kurz war. Was man jetzt machen kann, ist zum Beispiel einfach einen Wooden Button benutzen, ähm, dann ist das Problem gelöst. Ähm, empfiehlt sich auf jeden Fall hier einen Wooden Button zu nehmen. Ist also eine coole Sache, finde ich. Also ganz ehrlich, du kannst hier wirklich sehr, sehr einfach, deine, deine, ähm, deine Tränke austauschen. Was man jetzt noch machen kann, für die, die ganz lustig sind, wenn ich hier oben Hopper ran mache und dann die passenden Zutaten im Inventar habe, Entschuldigung, ich muss was trinken, mein Hals ist schon wieder trocken. so, ähm, so, ähm, so, ähm, angenommen, ich möchte jetzt das, ähm, lange, äh, oder möchte jetzt Speed 2 Potions machen, dann tue ich mir einfach die, oder Slowness 2, tue ich mir einfach die Items ins Inventar legen, ähm, in der richtigen Reihenfolge reinwerfen, und dann, ähm, muss ich halt auch nichts mehr machen, weiter als das einmal durchlaufen, überall die passenden Items reinwerfen. Im Prinzipiell kannst du auch immer nur eins, na gut, dann ist die Gefahr, dass man, wenn man es zu hektisch macht, ist die Gefahr natürlich, dass eins falsch landet. Ja, also das ist so schon, oh, warum ist jetzt die Stack drin? Das war ich nicht, oder doch? Auf jeden Fall sind die Items jetzt halt dann in der passenden Reihenfolge drin und, äh, ist auch so eine ganz witzige Geschichte. Natürlich könnte man jetzt wiederum eine Netherwart hinterherwerfen, das hätte den Vorteil, dass dann der nächste Trank gleich schon mal mit Arquard Potions beginnt, dann, äh, spare ich mir einen Schritt beim Brauen. Oh, nee, sollten wir nicht machen. Sollte man in der, also wenn man, nur wenn man es ganz am Anfang macht, logischerweise, dann sind sie nämlich in der richtigen Reihenfolge. Ist ja wurscht. Ähm, muss man ja nicht machen. Die Netherwart muss halt schon verbraut sein. Ja, genau. Darum, äh, klar muss so sein, weil darum, ähm, sind hier vorne natürlich auch alle Slots gesperrt, außer der vorderste, weil sonst würden hier ja die, alle Items, die sonst hier drin waren, jetzt hat, hier drinnen landen und die Netherwart wäre am Ende und würde dann gleich noch mit reinfallen. Deswegen sind hier auch die Slots gesperrt. Ja, ja. Gut, aber an sich, also, Braumaschine für Anfänger und für Fortgeschrittene und für Profis. Ähm, ja, wie gesagt, wir schreiben dann oder melden uns dann eventuell mit Kommentar, Anmerkung oder sonst wie, wenn wir das Problem gefixt haben, das ich jetzt nicht fixen konnte, äh, mit der Reihenfolge und ansonsten denke ich, dass es das schon war. Ja, schon ist gut. Och, knapp 20 Minuten ist doch schön. Ja, ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Dann vielleicht auch mal mit etwas, was ich nicht geklaut habe. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Ähm, nee, tatsächlich. Das nächste Video ist nicht geklaut, aber das seht ihr dann in einer Woche. Ihr seid gespannt und viel Spaß. Servus. Ciao. Servus. 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 Servus.